Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Asphalt 2. Wir starten den nächsten Pokal mit unserem schicken Motorrad. Wir fangen aber wieder an mit dem Radar-Rennen. Wir müssen 179 kmh schaffen. Die Strecke kennt er ja schon und ich hoffe, diesmal schaffen sie gleich den ersten Versuch. Ich hab's nicht geschafft. Wir probieren das Ganze mal dreimal. Wieder nicht geschafft. Wir zinke, hart zu langsam. 2, 1, los! Und diesmal? Ne, es wird einfach nichts. Egal. Dann überspringen wir das einfach mal. Und fangen an mit dem Duell. Gegen Peter! Da ist er schon, ne? So einfach. Wo ist, bekomm mal Gas. Und BAM! Backl crashed. Geld einsammeln. Und versuchen die Führung zu halten. Aber ich glaub, das gewinnen wir locker. Wenn wir schon Radar-Rennen verlieren, gewinnen wir halt hier im Duell. Fingen dafür auch nochmal extra Kohle. Und ich, äh, lade jetzt, äh, jeden Tag eine Folge von den Netzplay hoch. Weil, äh, es mir auch leid tut wegen City of Steam. Und ich, äh, es mir auch leid tut. Aber wahrscheinlich kommen die Folgen immer abends raus. Es sei denn, so am Wochenende könnten es auch ein paar schon eher kommen. Also ne feste Zeit hab ich noch nicht. Ich könnte, ähm, jeden Tag 20 Uhr mal sagen. Aber erstmal kommen die noch zu unterschiedlichen Zeiten. Auf jeden Fall kommen die jetzt erstmal jeden Tag. Bloß zur unterschiedlichen Zeit. Mal gucken, welches das nächste Rennen ist. Das ist ein stinknormales Rennen. Einfach zwei Runden fahren gegen, diesmal, sechs weitere Gegner. Weil wir hatten ja vorher schon einen. Und ich hoffe, dieses Rennen werde ich auch gewinnen. Weil das Rennen ist ziemlich schwer. Weil unser Motorrad noch arg stammesam ist. In der nächsten Folge hole ich mir wahrscheinlich ein besseres Fahrzeug. Vielleicht zum Anfang, damit ihr auch schon schön gespannt seid. Alter, so ein stinknormales Auto zu holen uns sogar. Wie lange sind denn die Motorräder? Und... So viel Nitro. Das Rennen ist schon einiges schwerer als die davor. Hä, Leute, die Polizei quächt und so fliegt dann selber hin. Ach ne, der ist ja wieder. Boah, scheiß Helikopter. Könnte auch mal die anderen jagen. Nicht nur mich andauern. Aber Leute, ist das ja doch im Spiel so, dass man immer... Dass die hier immer gejagt werden. Cool, Lambo. Alter. Scheiß Lambo. Ja, wie ruhig ich andauern. Nein. Nein. Und wir werden das Rennen auch gewinnen. Wir sind gleich da. Entweder werden wir Erster oder Zweiter. Schönen wir ihn weggecrasht haben und damit gewinnen wir auch das Rennen. Und wieder ein Goldpokal. Das werden die nächsten drei Rennen sein. Und unseren schönen Mitsubishi. Fang an mit der Eliminierung. Und auf einer neuen Strecke. Vai. Ein. Blow. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist auch eine neue Strecke, wie ihr sehen könnt. Und wir füllen wieder und haben noch genug Nitro. Na gut, so viel ist nicht ordentlich, jetzt habe ich auch noch Nitro verpasst. Huch, fahre ich einfach mal zu weit in den Korb hinein. Aber es macht wohl nichts, wenn wir einfach erster bleiben. Wir haben einen großen Vorsprung und werden wahrscheinlich das dann auch wieder gewinnen. Boah ey, nervt die Bullen schon wieder am Arsch. Jetzt wurden wir erst gewitzt. Schön. Das sagt ja in Dauern. Oh ne, nicht Helikopter. Das ist ja schlimmer als Kletten. Alter, die bleiben immer am Arsch klingen. Das ist ja schon die letzte Runde. Und da ist es hier. Erster Platz, ja! Und wieder gewonnen. Und jetzt folgt noch zum Schluss ein Radarrend. Drei, zwei, eins, los! Wir werden uns 162 kmh schaffen. Und ich glaube, das schaffen wir nicht, weil ich wieder zu blöd bin zum Fahren. Gucken wir, wie wir da haben. 107 wirklich nur, das schaffen wir besser. Drei, zwei, eins, los! 169, jetzt haben wir es geschafft. Und damit beende ich auch diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und wir gewinnen ein Infinity. So, dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns morgen zur dritten Folge. Ciao!